Müller zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr elf abfüllen. Das ist die Riese. Und jetzt ist er drin. Was für ein Katapultstart. Er ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Ich bin mir ganz sicher, er selbst versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ich denn hier, direkt vor dem gegnerischen Tor, so viel Freiheit, praktisch alle Freiheit der Welt haben. Unerklärlich. Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Pulster. Überhaupt keine Frage, eine Mannschaft.